Aaaaaaah! Oh mein Gott, ich kann diese Videos nicht gucken, aber ich muss, Leute, denn wir werden heute nämlich die schlimmsten Minecraft-Videos schauen, die es überhaupt noch gibt, beziehungsweise sind das so Videos, in denen halt immer schlimme Sachen passieren und sowas und das tut mega weh, Leute, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Für jeden, der da draußen sehr, sehr gerne Minecraft spielt, ihr kennt diesen Schmerz und ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum, starten direkt rein in all your pain in Minecraft in one video. Das war kein richtiger Satz, aber wir gucken uns das an. Let's go! Okay, er findet eine Schatzkarte, geht buddeln, man kennt es, Leute, man geht buddeln, aber er hat einfach, haha, er hat einfach übelst lange danach gesucht, bis er die gefunden hat. Leute, ich hasse das auch mega. Kennt ihr das, wenn man irgendwie buddeln muss und dann findet man die Schatzkarte erst ganz, ganz zum Schluss? Wow, okay, das ist schon mal ein ganz, ganz schlimmes Video zum Anfang. Hier wird enchanted, aber was hat er bekommen als Enchantment? When man had Bane of... Oh nein! Oh, das ist gegen Spinnen, gell? Dieses Atropodos-Ding ins Kirchen. Oh, das tut auch richtig weh, wenn man enchanted und man kriegt nur so einen Mist. Oh nee! Oh, okay, okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Er hüpft über das Beet und macht das Beet kaputt! Ah! Enchantment Bug. Oh nein, schon wieder! Oh nein, das ist so ein schlimmes Video. Oh nein, der Creeper explodiert! Oh mein Gott, das passiert so viel, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Diamant. Let's go. Aber nur einen! Oh! Es ist nur ein Diamant. Oh, er fällt in Lava. Oh nein, Auto-Jump on! Ah! Oh mein Gott, es passiert so viele schlimme Sachen gerade. Ich kann mir das nicht angucken. Aber das hier mit dem Auto-Jump, Leute. Wer kennt diesen Schmerz? Wer kennt ihn, Leute? Wer kennt ihn? Es ist so schlimm. Auto-Jump immer aus. Wer hat Auto-Jump an? Niemand hat Auto-Jump an. Das ist das Dümmste überhaupt. Wieso ist das überhaupt eingefügt worden? Mann! Die auf der Xbox sollen Auto-Jump haben oder auf der Playstation. Okay. Aber am PC? Nein! Nein! Ich muss mich beruhigen, Leute, okay? Ich bin sonst hier wieder am Ausrasten. Woo! Okay, wir gucken weiter. Auto-Jump. Oh! Er springt runter. Nein! Oh! Nein! Nein! Ich will das nicht gucken. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Okay, es geht weiter. Er hat es nicht geschafft. Oh, nein! Oh! Ah, Leute! Aber hey, ich frage mich, wie ist er da ins End gekommen? Wenn er nur ein Schwert hat, so. Hä? Also, es geht schon natürlich, aber so. Wieso ist er so schlecht ausgerüstet? Da bist du selbst schuld. Wer macht das? Niemand ist rohes Hühnchen. Er hat rohes Hühnchen gegessen. Niemand macht das. Hör auf damit! Okay, tauchen. Und er hat kein Leben mehr. Ja, okay, gut. Sowas kann mal passieren. Sowas kann mal natürlich passieren. Und er jagt den Hasen und er kriegt ihn nicht. Ah! Und keine Verbindung zum Server, Leute. Wenn mal das Internet nicht funktioniert. Okay. Hier die Enderpearls einfach reingemacht. Zack. Und es fehlt eine. Oh, nein. Oh, das ist das Allerschlimmste, Leute. Das hier ist das Allerschlimmste. Wenn ein Creeper vor deiner Haustür ist und der dich einfach killt. Okay, hier sind die Piglins. Er gibt ihm ein Gold und er wirft ihm zwei Netherbricks. Er gibt ihm für Gold. Er hat einfach für Gold, hat er ihm zwei Netherbricks gegeben. Oh, Mann. Was für ein schlechter Deal, Leute. Oh, oh. Das sieht auch gerade nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Okay. Portal kaputt. Perfekt. Oh, nein. Der Guardian kommt. Und man... Oh, nein. Oh. Oh, 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 oh. Das sind so viele schlimme Sachen. Okay, man springt mit einem Wassereimer runter, macht einen MLG-Jump und... Ah, ah. Ah, ah. Ja. Er ist tot. Okay. Hier wird ein bisschen geaxelt. Bisschen abgeaxelt. Oh, nein. Ich hasse diese Bäume. Oh, nein. Ich hasse diese Bäume. Ah, Leute. Dieses Video ist so schlimm. Oh, da muss man sich erstmal nach oben bauen. Enchantment Book Effizienz. Okay, nice. Nice. Eigentlich gar nicht mal so bad. Nein, er hat ihn gehauen. Und dann hat er das wieder weggepackt. Das ist so unlucky. Das ist so unlucky. Und jetzt will er dir nichts mehr geben dafür. Oh, nein. Pain. Das sind so Schmerzen. Oh, oh. Wenn die Phantome einjagen in der Nacht, Leute. Oh, Mann. Geht... Oh, und dann kommt ein Creeper und fliegt einfach in die Luft. Okay, hier wird... Ich will es mir nicht angucken. Er baut sich nach oben und dann kommt einfach dieser Kies von oben runtergefallen und er erstickt. Und ich wette mit euch, Leute. Der hat gerade erst angefangen, Minecraft zu spielen und dann sowas. Oh, 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 oh. Oh, Mann. Passiert auch nichts Gutes. Oh. Bisschen... Oh. Da war ein Diamond. Da ist Kies und da ist ein Diamond. Auf jeden Fall. Nice, Mann. Das ist auf jeden Fall ein... Wie viel kommt denn da runter, bitte? Hä, WTF? Wie viel kam denn da runter? Oh, nein. Oh, oh. Ich kriege einen Herzinfarkt. Leute, habt ihr das gesehen? Er hat einfach seine Pig-Aggs. Die hat nur noch ein Damage gehabt und pup, weg ist er. Ah, und er kann den Diamanten nicht abbauen. Und so wie es aussieht, hat er natürlich auch nichts anderes dabei. Geht auf Diamantenjagd und hat nichts anderes dabei. Klar, klassisch. Ganz, ganz klassisch. Okay, er reitet mit seinem Pferd durchs Wasser und das Pferd bleibt stehen. Ja, gut, okay. Da ist man aber auch selbst dran doof, wenn man... Man hört ja Lava, mein Lieber. Okay, Diamanten. Boom. Oh. Oh. Tschüss, Diamanten. Ja. Er hüpft einfach hinterher. Er ist so doof. Er springt einfach nach. Okay. Oh, mein Gott. Ja, gut. Oh, nein. Diese Fische. Diese Silberfische. So trash. Wirklich so trash. Ah. Okay, hier die Türen ra... Wer macht denn so eine Tür da rein? Oh. Oh, nein. Diese Fenster. Nein, Creeper, bitte nicht. Warum machst du denn auch nichts? Wenn ein Creeper dir entgegenkommt, dann musst du doch was machen. Das ist das Allerschlimmste, Leute. Okay, ein bisschen mit der Elytra fliegen. Nein! Elytra fliegen ist auch mega schwer. Creeper. Macht alles kaputt. Der Klassiker. Wow. Oh, mein Gott. Da sind aber einige Monster. Oh, nein. Oh, nein. Wie dumm. Oh, mein Gott. Wie dumm ist das denn? Ja. Das ist... Ähm... Ja, okay. Ich verstehe. Okay. Oh. 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 Das ist noch viel schlimmer. Vier bis fünf FPS... Fünf bis vier FPS. Oh, mein Gott. Wie macht der das? Was hat der gemacht? Wieso laggt sein Spiel so? Boah. Ja, mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so in Minecraft, dass es irgendwie so krass laggen muss. Oh, Mann, oh, Mann. Diamanten, Diam... Der Klassiker, Leute. Das ist der Klassiker. Ja, gut. Ein paar Blazes. Okay, lauf, lauf, lauf. Da... Wer ist denn so doof? Wer macht das denn? Das macht niemand. Man weiß... Jeder... Jeder weiß, dass man kein Bett platziert im Dingens. Im, äh... Nether. Ah, okay. Okay. Bisschen Kampf gegen Drachen. Ich sag dazu nichts mehr. Er wirft einfach seine Pickaxe weg. Er wirft seine Pickaxe weg. Hier in Zeitlupe. Warum? Warum? Wa... Oh. Das ist der Hass, Leute. Das ist der Hass, den man verspürt. Weg mit dir. Äh... Das ist wirklich das Allerschlimmste, Leute. Warum dauert das so lange? Warum dauert das so lange, Obsidian abzubauen? Warum? Warum? Okay. Buddel, 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 buddel. Diamanten! Ey, jetzt fällt er da wieder runter in Lava. Ja! Ey. Okay. Es... Nice. Okay. Er geht jetzt wieder buddeln. Ah, er findet es auch nicht. Oh nein. Er findet es einfach auch nicht. Hä? Da ist gar nichts. Aber er hat einfach nichts. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Da hatte der das erst voll spät gefunden. Aber er findet einfach gar nichts. Oh mein Gott. Er findet einfach nichts. Okay, da... Ja, gut. Okay. Wenn der Creeper explodiert, das ist natürlich auch schon schlimm. Diamanten! Yay! Abbauen, abbauen, abbauen. Let's go. Bau ab. Und es ist nur einer. Wah! 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 Das ist wirklich so knapp gewesen. Und das sind die einzigen zwei Blöcke, die nicht getroffen werden sollten. Na, gut. Portal. Brauchen wir nicht drüber reden. Äh! Triff ihn! Triff den Hasen! Oh, guck mal. Da sind Schrubbididabidies, Leute. Crazy. Hä? Alter, wie kann man sich so hart da drinnen verirren? Hä? Er läuft einfach als im Kreis. Okay. Nein! Oh nein! Er hat einfach das Enderperle geworfen, dieser Dummbatz. Okay, er kann nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Der Klassiker. Und. Wow. Das ist auch nicht geil. Das ist auch nicht geil. Wenn du einfach in ein Nether-Portal gehst und dann hast du einfach im Nether nichts dabei und du kannst einfach nicht bauen. Ripp. Rippchen mit Kraut. Okay. Ja gut, er ist halt durch Fallschaden gestorben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Sowas kann mal passieren. Ah, das ist auch, Leute. Sowas passiert. Wow! Er hat sich einfach fast gesaved. Wow! Okay, krass. Er hat sich einfach fast gesaved. Diamanten sind immer bei Lava, Leute. Oder ziemlich, ziemlich oft. Das könnt ihr euch merken. Zim. Warum, warum? Hör auf damit! Ja. Und da kommt natürlich wieder was von oben herunter. Wir kennen es, Leute. Wir kennen es. Aber er stirbt ganz langsam nur. Das ist ja... Er buddelt sich sogar, glaube ich, fast raus. Buddelt er sich raus? Krass. Krass. Aber... Lol, er lebt noch übelst lange. Buddel dich doch raus. Du Fisch! Buddel dich da raus. Er ist dabei. Er buddelt sich raus. Aber er schafft es nicht. Er... Oh. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Er baut sich eine Plattform für PvP, Leute. Crazy. Bitte fall nicht runter, mein Lieber. Bitte fall... Oh, 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 oh. Das hätte man nicht tun dürfen. Das hätte man nicht tun dürfen. Schwimm! Schwimm! Oh nein, er schwimmt. Oh mein Gott. Kurz vor der Oberfläche. Das ist Pain, Leute. Das tut weh. Ganz, ganz kurz vor der Oberfläche. Oh Mann. Ja, gut, Eisengolem. Sollte man sich nicht anlegen, Leute. Das weiß man ja, ne? Nein! Bleib doch nicht da stehen, du Dummbertz! Er bleibt einfach stehen. Perfekt. Okay. Er macht sich chillig Obsidian irgendwie. Weil er eine Lava-Quelle gefunden hat. Aber was hat er jetzt vor? Ah, er macht... Hä? Hä? Okay, habe ich dich verstanden. Er buddelt sich... Oh nein. Nein, 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 nein. Das gilt nicht. Das weiß jeder. Das weiß jeder. Leute, checkt mal die Videos aus. All your pain in one video in Minecraft. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Also, falls ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Und falls ihr sehen wollt, wie ich leide. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Und ciao. секgert zu denen. Aus. Aus.